Musik Riesenskandal beim 1. FC Dulli Cristiano Ronaldo, unser CR7, hat den Clan verlassen Was ist passiert und wie können wir die Kuh noch vom Eis holen? All das im heutigen Video Bleibt dran, es wird mehr als spannend Und wir schalten live, denn wir sehen den Headcoach Den obersten Dulli gerade aus dem Gebäude kommen Aus dem Quartier Und werden da mal live reinschalten Mal gucken, was er uns denn zu sagen hat Ja, um Himmels Willen beruhigen Sie sich Was können Sie zum Streit von Christian sagen? Wir haben gerade aktuell noch keine weiteren News Zu dem ganzen Problem Ich weiß es jetzt auch nicht Wir sind gerade dran an den Gesprächen An den Verhandlungen Und hoffen, dass wir natürlich unseren CR7 wieder zurückbekommen Es bleibt uns eigentlich nichts weiter übrig, als abzuwarten Halt du kack Dulli Ich hab deine Ex gebummst Fick dich, du Hohen Du kannst mir gar nichts Ich schreibe ich auf meine Liste Ja Dazu hast du keine alten Lolli Du solltest mir bei der Nebel nicht unter die Augen kommen Ja Ich werde deine Mutter anrufen Hör auf so einen Scheiß zu Ja Drohen die Träume des ersten FC Dullis nun zu platzen Wir können nur gespannt abwarten Was sich jetzt aus den Verhandlungen ergibt Ich würde sagen Sie bleiben dran Und wir sehen uns zum nächsten Video wieder Clash auf ihr Lieben Verpissen wir uns